Immer wieder Ärger mit Flüchtlingen. Schlägereien, Angriffe, Drogenhandel. Die Meldungen über Straftaten in Erstaufnahmestellen häufen sich. Doch ist das nur die Spitze des Eisbergs? Sind die Verhältnisse dort schlimmer als öffentlich bekannt? Die Deutsche Polizeigewerkschaft sieht das so. Sie wirft Medien und Politikern vor, die wahren Verhältnisse nicht richtig darzustellen. Davon ist der stellvertretende Vorsitzende in Baden-Württemberg, Ralf Kusterer, überzeugt. Er erklärte dem SWR, auch Waffen spielen eine Rolle. Hieb- und Stichwaffen teilweise selbst hergestellt, die da zum Einsatz kommen. Auf jeden Fall können wir verzeichnen, dass bei der Öffentlichkeit diese Problematiken, die wir bei der Polizei dort momentan haben, nicht so widergespiegelt werden, wie sie tatsächlich sind. Schwierige Situation für Polizisten. Sie müssen auf all die Wut, Resignation, Langeweile, auf die traumatischen Erlebnisse reagieren. Bei Tausenden von Flüchtlingen zusammengepfercht auf engstem Raum. Nach den aktuellen Zahlen des Innenministeriums nahm die Polizei in und um Erstaufnahmestellen insgesamt 1934 Ermittlungsverfahren auf. In 737 Fällen ermittelte dann die Staatsanwaltschaft. Das betraf unter anderem Eigentumsdelikte in 278 Fällen, Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit in 148 und gegen sexuelle Selbstbestimmung in vier Fällen. Innenminister Geil weist die Vorwürfe der Polizeigewerkschaft, die Situation in den Erstaufnahmestellen zu beschönigen, weit von sich. Wir beschönigen gar nichts. Das sieht man schlicht und ergreifend auch daran, dass wir auf die Situation entsprechend reagieren. Ich habe immer deutlich gemacht, wir machen ein hohes Maß an Transparenz, um wirklich deutlich zu machen, dass es da schon Probleme gibt, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Deshalb verstehe ich den Vorwurf nun bei Gott nicht. 100.000 Menschen insgesamt muss Baden-Württemberg in diesem Jahr wohl unterbringen. Der Druck auf die Erstaufnahmestellen steigt weiter. Eine schwere Belastung für alle. In aller Eile tragen die Flüchtlinge ihren verletzten Freund zum Krankenwagen. Wie er wurden insgesamt fünf Menschen verletzt, als die Gewalt in der zentralen Erstaufnahmeeinrichtung im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg eskalierte. Zeitweilig waren bis zu 60 Personen an der Schlägerei beteiligt. Einer der Männer wurde von mehreren anderen zusammengeschlagen. Daraufhin holte er seine Freunde. Und dann entwickelte sich eine Schlägerei, bei der die Männer mit Messern und den Eisenstangen aus den Betten aufeinander losgingen. Einer hatte sogar eine Pistole. Am Ende standen sich 60 Polizisten und ebenso viele Albaner und Afghanen gegenüber. Mehrere Männer wurden festgenommen. Ausgangspunkt der Prügelei war offenbar ein Streit im Sanitärbereich der Unterkunft. Nach Angaben der Hamburger Morgenpost berichtete ein Polizist vor Ort, Albaner hätten von anderen Gruppen Abgaben für die Benutzung der Waschräume verlangt. Daraufhin sei zunächst ein lautstarker Streit entbrannt, bis die Fäuste flogen. Später am Abend dann brannte eine Matratze. Einer der Zeltbewohner kam mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Auch in einer Flüchtlingsunterkunft in Braunschweig flogen die Fäuste. Hier stritten sich die Bewohner offenbar um mehrere gestohlene Gegenstände. Angesichts der sich häufenden Gewaltausbrüche in Flüchtlingsunterkünften wirft der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt der Politik vor, Berichte über Gewalt und sexuelle Übergriffe in Asylunterkünften herunterzuspielen.